Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar The Crew Together mit Paul Meister und Robert Watson. Allerdings ist Robert Watson jetzt gerade noch nicht dabei, weil er keine Zeit hat, mal wieder. Deswegen heute nur mit Paul Meister. Und ja, wie ihr seht, haben wir hier schon ein paar Events gemacht.